so liebe freunde ja leute natürlich noch mal herzlich willkommen zurück zu triforce heroes wir sind wieder hier in unserem coolen türmchen in einer 13 13 ich glaube die 13 folge ist es ich komme nicht mehr runter ich komme hier nicht mehr runter oh geil hat er viel die Feenbrunnenmusik die finde ich gar nicht so toll oder die Titelscreenmusik also hier wähl deinen save-slot das kann auch sein, stimmt Schluss jetzt ja, stimmt NEIN geil wir machen die heute weiter und sagen einfach Mut Kraft ich trau mich nicht ich trau mich nicht oh voll fies dumm oh geil hey ich hab nicht mehr runter geworfen ich hab nicht mehr runter geworfen Bastardo hey oh jetzt hab ich da gequatscht jetzt hast du den Opa angequatscht nein die drahtlose Verbindung wird getrennt was ähm also ähm ja also ähm ja das 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 war alles Domi schuld jaaa Domi Janschelle äh ne spaß war dabei beim Beispiel ich hab irgendwie anscheinend ich hab eigentlich B gedrückt und er sagt so okay ich trenne jetzt die ich so was was das ist geiler Typ mit seinem Zwiebelbart ja der Opi ja das ist äh ja gut Leute wir müssen wieder warten bis Tim und Domi wieder rein sollen ich kann ja noch ein Bällchen suchen so allgemeine Unterhaltung ding du und unterhalten ding ding halloo 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 wir wollten doch den Opi anfurzen halloo so Domi is back in business fühlt sich eigentlich aber ziemlich flüssig an ehrlich gesagt ja jetzt schon vorhin war es ein bisschen hier Domi warte hier drück mal furzen schön den Opi immer anscheißen halloo so Kraft ist da Mut ist da und Tim fehlt die Weisheit äh ich zieh durch ich muss durchs ja ha 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 so waren wir beim letzten Mal stehen geblieben oh neuer Gebiete wir haben sich schon in neue Gebiete vordringen ja hab ich auch grad bekommen haben wir Eis abgeschlossen Leute? ja Eis hatten wir abgeschlossen ah du hast deinen Hüter besiegt neue Spezialmissionen sind verfügbar ah der nice scheiß Guys das muss ich sagen äh Hans äh Kai das ist mir am letzten Mal aufgefallen auf dem Touchscreen siehst du das ne hör mal so was äh wo du hingehst ich glaub du du findest immer nie also wenn du zur Festung willst weißt du immer nie wie du da hinkommst am Touchscreen sind die Teile aufgelistet ach so da guck ich immer nie hin so ein Strengstofflager äh ach ne quatsch hä wieso dachte ich denn ähm ja was los heute hier wir machen voll das falsche Level ja wir machen heute einfach mal Level 2 vor Level 1 so also Leute wir nehmen alle das Alltag ne ok komm äh ich äh ich hab jetzt diesen komischen ich hab ja jetzt den den das Edgy Kostüm boah hä wieso Edgy naja ich hab das n das hautenge Tingle Kostüm ja da sieht man wirklich alles Leute ja der Kai hat das pädophile Kostüm ja Kulo Tingle Kulo Limpa hab ich hier oh mein Gott ich hab da ich hab da Furzluftballons auf meinem Arm schenken so ich hab Bock auf Bomben äh ja ich nehm das das ich blase euch alle weg Ding und fust hier euer Blasrohr so ja ich hab jetzt was ist heute los ich krieg nichts gebacken so äh was was hier ach so ja pusten oh shit ich hab die falsche Luft gedrückt sorry hier pust mich mal ich hab Ballons was ha still alive what und blowjob so tschu 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 gold verdammt falsches Sound oh guck mal das ist easy easy Bombe ah Bombe hey kann man warte da sind Rubinen hier kann man die runterpusten oh wie cool ich hätte die besser in die andere Richtung geblowt äh was äh schlöpfe das sind die Rätsel jaja Domi macht hier easy cheezy wieder alles wats wats fass meine Ballons in Ruhe fass nicht meine geilen Ballons an Mann ähm ok ok Kai du hast 3 Ballons oiii du musst die Bombe hier hinlegen damit der Globen falsch warte noch ein oh musst du reichen ja und wihihi 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 kann ich sein anlaufen ich kann ich kann ein darüber es tuten also er so geht so die Niemöse war die die Kontrolle zurück ach so einfach durch springen geiler Scheiß Mut Nein, Kraft! Ah, Schweißhallen! Oh, ist das irgendwie even possible, Leute! Okay, so. Ich werde euch jetzt alle mit meinem Item helfen! Hier, hier! Ah, ich bin der Lala! Ey, Daumen hoch! Oh Gott, nein, wir machen keine Tutorial. So, irgendjemand muss jemanden blown, ich sag? Ich, 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 ich blow mal an. Ne, ich, ich blow Kai nicht. Was ist die Tate? I don't say. Ach ne, das war falsch, glaub ich. Jetzt muss Kai mich rüber, äh, Blomi, mich rüber. Nein, du musst mich rüber schuben. Jetzt muss ich Kai rüber schuben. Nochmal? Ja, lass mich doch ein Knopf. Und jetzt geh ich da drauf und dann... Oh, oh, oh. Oh, wartet, ihr braucht meine Bomben. Das ist auf der Gamescom! Ja, das ist es. Ja, mit dem Engländer. Oh, ist gar nicht blind mehr für euch. Ja, stimmt, wir haben ja... Aber ich kann mich gar nicht mit aneinander aneinander. Ne, ich auch nicht. Tim, du musst doch wieder rumbegehen. Ja, ja. Okay, perfekt. Sorry, Star, das war schlecht. Guck mich mal hier in die Mitte. Ja! Kann jemand das hier ausblown für mich? Geht das? Das müssen aber Tim tun. Dankeschön. Guck mal, Tim und ich gehen sogar auf demselben Strang jetzt. Das hört sich gar nicht falsch an. Warte, Kai Kai, ich schieß die Rubine... Oh, wow. Too far? Oh, fuck. Wow. Die haben so einen krassen Knockback, die Viecher. Ich bloh dir die Rubine an. Ich bloh dir die Rubine an. Ja! Naja, ein bisschen. Dann jetzt. Geh mal weiter. Kai, da drüben ist nur ein Schalter. Kommst du da dran? Da komm ich dran. Oh doch, okay. Oh, krass. Jetzt nicht, ob es so weit fliegt. Guts. Ja, das ist definitiv der Selle von der Gamescom. Ja. Oh, cool. Geil. Ja, ihr wisst ja, Leute, Tim und ich waren jetzt nochmal auf der Gamescom. Und wir durften richtig krass 2124s antesten. Ja, das war ziemlich lustig. Also, ich guck euch mal zu. Dann kann ich mal hier gucken, was hier abgeht. Da ist ein Schalter. Domi, 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 ich muss dich hochheben. Dann kann der ein bisschen was sehen, Leute, wenn ich mal rüber zoome zu den Zweien. Zack. Ah, hier push die Button. Und... Geil. Wieder auf deinen Kopf. Dankeschön. Hi. Was ist los? Gehen wir da, gehen wir da, was ist los? Achso, ein Dreier. Warte, ich hab ich... Ja, zack. Jawohl. Ich liebe das Teamwork in Triforce. Das ist cool. Ja. Sollten echt mehr solche Zeldas machen. So, Mut. Kraftfahrzeit. Feuer, Wasser, Pflanze. Hä? Also... Stimmt. Stimmt. Ich bin der Wasserstarter. Ich bin der Pflanzenstarter, yeah. Welcher Pflanzenstarter wärt ihr, wenn ihr euch einen aussuchen könntet? Pflanzen? Äh, na, also eure eigene Farbe. Welcher Starter wärt ihr? Achso, bei mir wär's, ähm... Boah. Wahrscheinlich... Wasser wär so schützt bei mir. Feuer oder Wasser? Feuer oder Wasser bei mir? Na, Domi wär ja rot. Domi müsste ich einen Feuerstarter aussuchen. Ich, ich würd wahrscheinlich wieder Ruppi nehmen. Achso, ähm... Ähm, ähm, ähm... Bei mir wäre es wahrscheinlich Flemly. Ah, ja klar, wir müssen das hier machen. Oh nein! Warte! Ich hab Ballons! Ja, stimmt! Das war voll geil aus! So... Oh mein Gott! Achja, warte, hier, hier, hier. Umdrehen, glaub ich, oder? Jaja. Wie? Der hat bei mir eine Ballons zum Platzen bringen. Oh, guck mal, wie viele Rubine da oben sind! Ich weiß nicht, wie man da rankommen soll. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, mit einem Dreierturm, natürlich! Meinst du, das geht? Nee, doch nicht. Und ein Werfen? Kriegt der denn was? Ja. Boah! Alter, wie viel... Oh! Warte, warte, stopp, jetzt... Warte, warte, nein! Warte, ich geh nochmal zurück. Warte, ich geh nochmal zurück. Nee, das Geld reicht, glaub ich, oder? Nichts nicht? Oh, komm, da ist noch so viel. Warte, ich werf mal, das müsste reichen. Das Pusten plus Werfen hat grad dazu geführt, dass Tim abgestürzt ist. Hatte er hier nämlich hoch den Sturz? Ich hab Ballons. Okay, er ist so. Das notwerf mich, ich hab mal zwei Ballons, das passt schon. So, jetzt hier, oh, Trif! Ja, sehr gut. Äh, ganz vorsichtig, man muss immer am äußersten Rand und werfen, damit jemand runterfällt. Äh, stopp, und jetzt schön nach da werfen. Ja, genau. Warte! Dafür hab ich Ballons. Ich hab nur eine, ihr habt meine Bubis zum Platzen gebracht. Das war extra, aber ich wusste, das kann ich nicht, ne? Alles Taktik. Alles Taktik, verdammt. Okay, ein paar Herzen bekommen. Ein geiler Magic-Schalter hier, was ist das? Was brachte der Schalter mir jetzt? Vielleicht hat er die Fallen ausgemacht. Falls irgendwer irgendwie am Anfang bleibt, oder so. Das kann sein. Egal. Das sieht aus mit einem Scheiß-Ballon. Mir hängt da so ein Ding am Rücken. So, als wir so ein Junge auf dem Jahrmarkt irgendwie sind. Ja, genau. Mama, Mama, ja! Ich will ein Eis und eine Zuckerwatte! Ich will jetzt diese Ballon, Mama! Los! Oh, Sprengstofflager. Hier, wir sind schon am Ende, Leute. Oh, 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 oh. Oh Gott, das sieht hart aus. Ach, das war das mit diesen Killerbomben! Ach, das war der! Da sind wir abgekratzt, ne? Da sind wir sowas von abgekratzt. What? Die Guys schmeißen jetzt voll fett mit Bomben. Ich hab eigene Bomben, ihr Pissköpfe! Müssen wir rüberblown, stimmt. Nein, nein, ich will nicht dahin. Halt ihr weg! Ich kann ihn nicht werfen. Halt ihr weg! Nein, ich glaub... Vielleicht im Moment... Du musst sie zum richtigen Moment werfen, aber ich glaube... Wenn ihr blowt, dann ich versuch mal so ein paar überflüssige Bomben immer wegzumachen. Autsch. Okay, wir müssen uns nach ganz vorne hin stehen, damit die... Ja, damit die so weit wie möglich nach vorne werfen. Und nicht nach hinten gehen. Erst wenn denn... Wenn wir eine Bombe blowen können. So, dann wirft er die nämlich schön nach vorne. Dann kann man hier richtig schon rein blowen. Ich versuch mal vorne stehen zu bleiben. Ja, sehr gut. Und dann kann ich den nämlich da so... Warte, ich bleib hier stehen. Ups. Guter Job. Zack. Dann mach ich hier quasi den Köder. Zack. Dann kann man den richtig einfach verarschen, sehr gut. Ja. Ja. Dann helf ich mal drum hier drüben. Du mir das doch ein Bloating, ne? Ja, geh weg. Alles cool. Jawoll. Jetzt kommt nämlich der fette in der Mitte und der schmeißt Riesenbomben. Okay. Ja, genau. Jo, die macht nämlich richtig krassen Damage. Aha. Und dann musst du eine Bombe werfen, damit wir die da rüber zu ihm blowen können, während er den Scheiß dance dann. Dann versuch ich mal. Oh. Wo kommt er hin? Hier hin. Oh, ist ja fies. Jetzt, jetzt, jetzt. Wo kommen Viecher? Scheiße. Was? Wo kommen Viecher? Die links war ein Viecher. Oh shit. Warte, Bombe. Schnell. Ah, Mann. Okay, ich muss abwarten. Okay. Ja, ja. Wo kommt er, wo kommt er? Dahin. Bombe. Ja. Oh fuck, das ist ein Vieh, das ist ein Vieh. Ja, mach. Schraub das schon. Ja, hab einen, hab einen, hab einen. Ja, dann mach ich die Viecher weg und... Äh, links. Dann wieder da. Ja, ich tue mich um die Viecher und ihr macht die Bomben. Was? Ah. Oh, die macht aber auch viel Damage. Macht, glaub ich, zwei Herzen. Ja, kümmern ihr euch um die Bomben, ich mach die Viecher. Hattet. Geist. Achtung. Und er kommt recht in die Mitte. Ich mach das. Ich mach das schon. Ne, ist okay, wenn ich die Bombe gehoffen hab, ob ich nichts mehr zu tun. Nein, das Herz. Ich hab die fette Bombe getroffen, nicht, äh, deine. Hast du die fette Bombe auch blown? Nee, aber, ja, aber nur ganz wenig und das reicht nicht zu ihm. Okay. Köder. Nein, nein, Mann. Fuck. Blumen wird runtergeblowt, egal. Wir haben nur noch ein Herz. Wartet, wenn wir mal ein Dreiatom machen, da oben sind ganz, ganz viele Töpfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh nach rechts. Oder, oder, warte mal, lass mich runter. Dann mach ich das erstmal. Ich glaub, wir sollten uns erstmal aufladen. Dann wirf mich mal auf, danke. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ist das gut, oh ist das gut. Hilfe. Aua. Direkt eins verloren, supi. Kann man den auch mit? Ich hab meine Bomben wieder. Hier, da rechts haben wir noch welche. Zack, so. Dummi. Ja, so dann gucken wir mal hier. Äh, erst mal ausweichen. Äh, erst mal ausweichen. Äh, erst mal ausweichen. Du scheiß Vieh. Soja, komm, los. Bis runter. Na, wo spawnst du? Mitte, 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 mitte. Die Pummi ist plötzlich, wow. Die Pummi ist plötzlich hervorgerannt. Das hab ich nicht gesehen, sorry. Ach, warte. Macht nix. So, ich muss wieder Bombe spawnen hier. Woh, 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 wohin. Hier, mach. Zack. Ja, dann mach doch. Na, mach, komm. Ja, das, ja. What! Oh, da ist mein Herz, nice. Haben wir getroffen? Okay, Kühler ist ready. War ein bisschen zu früh. Oh, Alter. Mega viel Herzen-Damage. Warte, jetzt jetzt Domi. Ja, mach ich noch einmal. Trifft das den? Ich weiß es nicht. Nein, wie fies. Okay, schön aufpassen. Okay, okay, jetzt hier. Macht ihr das? Ich kümmere mich um die Viecher, Junge. Nein, Domi! Ich bin... Ich hasse diesen... Ich bin dead. Das ist richtig scheiße, Alter. Das ist echt nicht einfach. Vor allem bei diesen Kackviechern, die machen so viel Knockback und das hat mich dann runtergeschloss gerade. Okay, das war ziemlich easy. Oh, ich habe meine Balloons wieder. Geil. Damit. Achso, ja, stimmt. Ich muss wieder hier. Genau. Den Wurfköder machen. Ja. Ja, so funktioniert das echt richtig gut. Ja. Ja, dann gehe ich mal wieder hin. Toystick, please. Hier, so. Something to blow. Oh, Double-Tripper. Come, okay. So, weg hier. Der Toystick will nicht reagieren. What the fuck? Hey, lol. Der ist einfach gegen Skitter und ein Wunder. Nein, 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 nein. Aua, fuck this shit. Too much bombs. Oh, da kann ich ja auch Sinn machen. Aua. Das wird schneller sein. Als Orb. Ja, ich habe eigentlich voll gut geworfen. Ja, okay, der ist tot, glaube ich. Achso, wo ist noch der linke? Okay, gut. Nein, der lebt noch, okay. Ja, mach mal. So. Das ist einfach immer, was er mir rüberschmeißt. So. Oh, Gott, oh, Gott, oh, was? Das ist ja echt. Jetzt kommt wieder der mit den drei. Ich glaube, der in der Mitte. Was, 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 was? Weg damit! Oh, das kriegt ein Achtreffen. Krass. Das muss aber geteimt sein dann. Denn, 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 ja, dann versucht das Ding rüber zu pusten. Obwohl, ich glaube, das fliegt nicht so gut, ne? Nein, nein, das ist wie gesagt... Hi! Ja, ja, ist eine gute Idee. Zack. Oh, warte, ich will mal den hier eben... Oh, ja, okay, lass den von der Bombe. Der, das macht die Bombe. Oh, da ist noch einer. Hier, stirb, du Knödel, du! Du Backknock, du Knödel, du! So, spawn, Digga. Kommt der, kommt der. Hier, hier, hier. Mann, da war Kalt. Ah, er schmeißt die Bombe in meinen Weg, ne? Vielleicht muss einer die, die Bombe irgendwie, ähm... Ja, wenn ich versuche, wir immer die Bombe woanders hinwerfen zu lassen. Der wirft die immer zu einem von uns. Hatt ich vor, aber Kalt geht mir zum Nächsten, glaube ich. Ja, dann wirf mal zu mir, genau. So, Brüder. Oh, das Scheiß ist zu weit. Von Kratz und Bastard, Vieh von der... Ja, klar. Es kickt mich und ich fall noch an. Ja, die machen viel Knockback, das ist echt scheiße. Das ist echt nicht easy. Hi, wir wollen jetzt. Hi, hi. Ja, stimmt. Oh, oh, fuck. Nicht gesehen. Nochmal. Renn drauf fest, Sonic! So, Domi sammelt und wir gucken mal, was wir hinkriegen. Ist hier so ein Scheißknödel. Hier, rechts ist er. Ja. Ja! Okay, er wurde einmal getroffen. Ey, der ist Explosionsradius, echt gefährlich. Richtig krass. Na, da haben wir auf der Gamescom auch ordentlich. Ich glaube, ich glaube, uns wurden sechs Herzen auf einmal abgezogen. Ja, ja, jeder hat zwei Herzer-Treffer. Ja. Was? Wie unlucky. Lohm ist ein Millimeter. Das passiert, das Feuer explodiert. Oh. Ich darf die Bombe echt nicht zu spät oder zu früh spawnen. Ja. Wenn ich will versuchen, versuche ich... Also am besten... Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Okay. Gut, geil. So, wo ist er? Oh Gott, jetzt gehen drei. Oh, wow. Okay. Na toll, jetzt hat er die Wurfbahn beeinflusst. Mit seiner großen. Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Gott. Ich habe sie getrunken. Stopp. Ich wollte einfach mal... Ich habe genug aus. Okay, immer drei auf, immer drei auf, drei auf. So. Nein. Nein, nicht runterfallen. Nein, fuck the shit. Oh, cool. Ich habe ja... Ich habe ja nur Balloons. Zu früh, Kai. Zu früh. Okay, ich warte erstmal. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Warte, bis er seine geworfen hat. Jetzt. So hat er reicht. Autsch. Ja. Komm. Ist er tot? Nein, noch nicht. Nee, nee. Alter. Der hält echt einiges aus. Auf jeden Fall. Nice. Da. Versuch's schon. Äh, ein bisschen zu kurz. Ah, war nicht weit genug. Shit. Oh, Alter. Dieser Damage. Diese Pissnilke. Und diese kleinen blauen Viecher nerven total. Die sind richtig ausi. Komm, wieder Viecher. Achtung, Achtung. Da an der Seite jetzt. Warte. Jetzt, ja. Da, das könnte reichen. Oh. Komm, stirb, endlich. Ja! DOWN! Na, endlich. ngoicky! Nadie! Supo sozusagen. Kummer! Das ganze Geld ist einfach in den Tod gestorzen. Nein, ich glaube, das ist auf der Plattform gelandet, oder? Gaaal! Money, Money! Haben will, haben will, haben will. Ich bin runtergesprungen. Oh, okay. Still, für euch wär' jetzt abgekratzt, was wär' dann gewesen. Boah, ich hätt' dich geschlagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, aber wir nehmen Wettetrohr. Ich nehm gar nichts. Ich warte wieder, bis ihr nehmt. Ich lass dir den Vortritt. Ja gut, du nehmt's. Ist das das Special-Ding? Nein, das ist das Brun-Item. Ich hab mich... Ich will doch gar nicht. Ich will's euch doch lassen, Leute. Wenn du willst, mich juckt das sowieso nicht. Ich krieg sowieso nur Scheiße. Ja, ist das nicht was? Ja, ist das nicht was? 444, nicht schlecht. 5600. Drücke Fotos im Lumpenland, um geile Lumpenfotos zu machen. Ja, das hab ich irgendwann, um zu wissen, wie man Items einsetzt. Das spiel mich echt mit seinen scheiß Lumpen-Nerven, Alter. Warte, bis alle bereit sind. Geiler Schisse. So, weiß ich mal, wie lange wir aufgenommen haben? Ich hab nämlich nicht auf die Uhr geguckt. Ja, ich glaub, ich würd' man so sagen, also... Viertelstunde vielleicht. Ja, wie auch so, ne? Wir können ja vielleicht zu früh aufhören. Wollen wir noch eins machen, Leute? Ja, das muss ich. Ja, los, komm, go. So, nur kannst du den Part, wenn der zu lang ist, in zwei Teile schneiden. Ja, genau, das geht auch. Guck mal, wir haben jetzt einfach Level 2 gemacht durch Kai. Ja, dann machen wir jetzt Level 1. Jetzt wird's einfacher. Hartflaum und Silberfaden gibt's da. Oh, brauchst du doch... Warte mal, Tomi, brauchst du das noch nicht für irgendwas? Nee, ich brauch die Rüstüle. Da gibt's geilen Bumerang, cool. So, ich nehm, äh... Warte mal. Es gab doch so ein geiles Bumerang-Outfit, ne? Ja. Oder? Ja, doch nicht. Ich glaub, das hab ich noch nicht. Hast du, glaub ich, noch nicht. Ein herziges Kleid! Ja, das mache ich wegen dem Herzen. Ja, gut, stimmt. Stadttore 1. Wir haben noch dreimal Navi. Hey, listen! Oh Gott. Das kenn ich auch. Wir müssen noch zweimal zuhören. Die Ritter kommen mir aus der Link Between Worlds oder The Link to the Path bekannt vor. Ja, das wird nicht so. Ich will einen Bumerang haben. Ich will auch einen Bumerang haben. Oh, ich will auch einen Bumerang haben. Ja, dann kommt Tim dann. Okay. Dann nehm ich den püsterig. Danke für das Item! Ja! Ich kann den Ring immer gerne. Oh! Da hast du schon das... Äh... Da müssen wir jetzt bestimmt wieder durchkommen, Brun. Ich glaub, das war auch für Gamescom. Kann das sein? Nein, komm mit mir, Bro! Boah, das weiß ich nicht. Ich puste die Pisser weg! Oh! Ich puste die Pisser weg! Domi, weggepillt! Das kam irgendwie ziemlich... Nein! Domi, das war nicht so gemein, das war Zufall! Oh, okay, Bomben. Ist noch mehr hier? Okay. Ich krieg keine. Uh! Ich puste die Pisser hier weg! Ich puste mich weg! Du bist auch! Nein! Ja, Tim! Ja, Tim! Du bist ein Scheißkerl! Was hab ich denn gemacht? Das war ich! Entschuldigung! Jetzt erhebst du mich! Oh! Junge, ich wollte den Bumerang werfen und du grimmst, bist mir vor meinen Maul gerannt! Ja! Streitet euch doch nicht! Der Streit hat Unrecht! So, gab's da nicht links noch irgendwas geiles? Geil'n Kuh! Ja, mehr! Ja, noch reicht! So, Achtung! Alle vorsichtig runterlassen! Noch mehr Herzen! Noch mehr Herzen! Any more hearts! Heute werden wir echt geliebt hier! Nö! Wir kriegen ganz viele Herzen! Aber hab ich auch mein Glück schon aufgebraucht! Das darf nicht sein! Das sind die Überbleibsel von, ähm, von Valentinstag! Ja, genau! Weißt du, das sah schon so aus nach Ende gerade! Oh! 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 Weißt du, sobald ich komme, ist alles scheiße! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Okay! Alles klar! Alles klar, Kollege! Ich hab ihn zu Tode geblowt! Oh Gott! Er geht's besser! Jo! Wie man ihn einfach chainstunnen kann! Ja, und wie kam er nicht durch am Ende, als seine Ecke gedrängt wurde? Jetzt kommt bestimmt der Nächste! Passt auf! Mhm! Ich halte gleich mal mein Blowgerät bereit! Oh! Oh! Achso, das sind die kleinen Viecher aber nur! Oh! Der hat Bomben da oben! Oh! 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 Hier, bald deinen eigenen Bomben! Oh Gott! Was? Viel aus! Hier! Haha! Was? Was? Oh! Noch eine Bombe werfen! Na, scheiße! Sorry! Ja, oder so! So! Komm da runter, du Pisser und stell dich wie ein Mann! Ich habe mich einfach in den Sperr geworfen. Ja, ich weiß, wie folge liegt gerade, merke ich, so ein bisschen. Nein, nein, niemals, Domi, wollen wir niemals tun. Wir sterben, endlich, da sind gleich! Da sind noch zwei Krüge, da kommt fest und auf. Und der Krone ist hyperaktiv. Ich habe einen Easter Egg im Internet gefunden, den könnte ich eigentlich mal zeigen. Und zwar kann man ja diese komischen drei Trifoss-Teile betreten, dann kommen da so... Diese komischen Sounds. Ach, und wenn man die in die richtige Reihenfolge, dann kommt da so ein Lied oder was? Genau, da kommt nämlich das Gronische Schlimmerlied. Oh, was? Das ist voll geil! Nein, bleib hier, Qualle! Das ist voll geil! Sorry. Habst du mal irgendwas machen? Äh... Alter, wieso hast du mich eigentlich vorangeworfen? Damit du den Schalter umlegen kannst. Das ist erschreckend sinnvoll. Ja, sorry, ich wurde direkt von zwei Dudes umgebodied. Behalte deine bekackten Bomben! Hier, habt ihr Bock? Okay, wir gucken, Kai das regelt. Okay, es muss noch einer mit hochkommen. Einer von euch hat auch Bomben, ne? Nein, wir haben Bomberang. Ja, der Boomerang. Tim ist geholt! Wir brauchen nämlich Bomben, damit wir die zurückpüßen können. Ist das halt fast? Oder so? Aua! Jo... 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 Ja, ich stelle doch die Plattform hier. Oh, da oben sind zwei Kisten! Kann ich, äh... Vielleicht... Kann ich nicht irgendwie... Kannst du den Bomberang werfen? Und der wird sich zu spät aktivieren und dann... Irgendwie hoch und dann werfen oder so? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es sind zwei Schalter, ich brauche noch einen eigentlich. Geh mal da drauf, geh mal da drauf. Okay, warte mal. Hört ihr mir überhaupt zu? Hallo? Ich überlege, ob wir das am besten machen sollten. Was, was ist ne lustig? Ich komm hier nicht bei, du. Ich kann Tim jetzt nicht rüberbüßen. Alter, ich brauche also noch eine Person. Okay. Wie soll man das denn managen? Na eben, das geht nicht. Warte, 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 warte. Man kann auch festhalten, oder? Jaja, klar. Ich kann schon mit dem Boomerang rüberziehen. Ich kann schon mit dem Boomerang rüberziehen. Ah ja, klar. Ich kann mit dem Boomerang rüberziehen, logisch. Dann musst du hochwarten. Ja, du hast... Ich hab doch einen Boomerang. Trotzdem sind da Kisten, guys. Richtig viele. Was soll ich denn hier? Ja, hier sind Schalter, wie du siehst. Wow. Und Bomben. Oh, oh. Ach, das muss doch jetzt. Hm. Ich guck mal hier bei den guys zu. Ah, cool. Tadaa. Natürlich frech. Kommt mal zurück. Hier ist noch... Hier ist noch geil. Kisten-Action. Kommt wie hier irgendwie... So. Und dann gegenboxen und... Was hat der Stürmer? Die Verzuckung. Oh, geil. Ah, der Domi darfst dir richtig gut Geld gönnen hier. Oh, cool. So, gucken wir mal jetzt. Wie kommen wir da jetzt vorbei? Ähm, drück mal nochmal. Oh, hier ruf. Warte mal. Da sind Treppen. Da rechts ist nämlich auch noch was. Ist nur ne Kiste. Und noch ein Schalter. So. Genau. Und dann... Oh, ein Fuffi. Geil. Okay, Kai. Dann zeig uns jetzt mal dein Lied. Ach so. Warte mal. Oh, hier. Du, 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 du. Ja, gut wohl. Ja, hab ich... Hab ich eben... Alles. Gehen immer noch die Krüge? Ja, stimmt. Keiner Schüssel! Hier, Domi. Nichts drin. Oh, ist so fies. Er ist so voller Freunde. Oh, Mann. Ja, geil. Nichts drin. Also hier, guck mal. Domi, hier ist dein Weihnachtsgeschenk. Oh, ist das leer. Oh, sorry. Was soll ich für die Scheiß-Bomben hier? Hilfe! Mir wurde ne krasse Bomben auf im Kopf gewunken. Oh, shit. Oh, ah, the fuck! Oh, kennt ihr das, wenn... wenn ihr so ne Bombe auf den Kopf geworfen bekommt und die ist gerade noch so krass und... nimmt euch dann so. Wenn die so gerade krass geworden ist. Oh, oh, ja, genau das meine ich. Ja, das kam gut. Na... Nein! Ich hab schon... Nein! Ich hab schon ein Brain-Lag hier. Ah, okay. So. Ah, Kai muss uns rüberblauen. Kai muss uns rüberblauen. Okay. Blow one. Domi, schuldig! Du bist so ein Arschloch! Kann ich sagen? Ach man, los zum Komma. Hier. Yo. Oh, knapp. Der Typ hat sich gerade selbst gegrippt. Ey, nein, nein. Das war Domi. Der Typ hat mich gegrippt. Autsch. Damage. Autsch, Damage. Autsch. Oh mein Gott. Ich helfe euch! Warte, wie ich den runtergekickt hab. So, okay. Ähm, ich muss dich äh... Ja, klar. Logo. Die Animation! Ich muss dich grabben! Die Animation! Ja! So, wo geht's hier lang? Äh... Ah, okay. Lass mich mal runter. Warte mal. Das kommt dir bekannt vor. Ja, ja. Lass mich mal runter. Hier. Von oben. Da musst du wahrscheinlich... Dann musst du das anpusten. Von der Seite wahrscheinlich. Von oben. Von der Seite. Und dann muss einer rüber. Ne, von hier aus. Seite, Kai. Von hier aus, wo ich stehe. Achso, hier. Das geht ja davor. Oh, man kann nicht durch Zäune pusten. Das ist ja lame. So. Eins. Okay, ich muss beide anfangen. Oder jetzt muss das Timing in etwa stimmen. Ja. Ja, so in etwa. Äh. 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 Wer das jetzt rüber holen kann. Achso. Ja, warte. Ich kann einfach durchlaufen. Oh. Warum? Was? Das hab ich jetzt nicht gecheckt. Oh, shit. Ja, wahrscheinlich denken die, dass das Ding nicht mehr schwingt oder so. Und der letzte... Alter. Nein! Wow, fuck. Oh. Was? 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 Wow, wow, wow. Fuck this shit. Pusten! Easy. Boah, die sind aber echt harte Pisser. Der Boomerang. Die waren auch schon in Link to the Past nicht einfach. Ja, das stimmt. Obwohl, dann rufst du einen Krug gegen die und tötest sie. Gab's den Link's Awakening auch. Die waren echt Assis. Wie die! Watt, Tim! Watt, Tim! Die überlebt. Manchmal, siehst du mal weiter, da liebe ich mein Leben. Oh, 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 Domi. Dein Aim, da müssen wir noch dran nehmen. Dann, dann... Nein, die Fresse, du Kacke! Oh, ja! Nein! Unfair! Leute, hört auf zu zoffen. Wir brauchen die Herzen noch, ne? Wir brauchen die noch. Jetzt nicht mehr zoffen, Guys! Wir sind doch ein Team! Wir sind ein Team! Nee, wir brauchen sie gar nicht. Ein Team! Ein Team! Ach, wir brauchen die Herzen nicht! Was, das war der Boss schon? Loy! Ich... Ich... Ich will doch gar nicht! Hier, warte, du mir! Ich nehme das, okay? Ich nehme den Kaktor ab! In Wirklichkeit, in Wirklichkeit hat sich Kai schon das Lineback-Ding gekauft und... Ja, natürlich! Der weiß schon, wo was drin ist. Der Tartoffe mit dem Kokiri gewandt. Aber... Ich... Ich kann euch ja nicht beeinflussen, das geht ja gar nicht! Du schickst uns mit Telekinese dahin! Ach so! Ja! Ach so! Ja, natürlich! Du... Du wirst Konfusion und den Konfu-Strei, in Kombo! Ja, natürlich! Psy-Kraft! Ich kann Löffel verbiegen! Das auch! Ja! In Wahrheit bin ich... In Wahrheit bin ich das Zim-Kadabro! Hier, Item! Nimm mich mal rufig! Aber ich will's gar nicht! Jetzt geht's in Heul-Dizzy-Mode einfach noch! Warte, gibt's sowas nicht? Äh... Ja, hier! Das sind seine Kopftränen! Jaaa! Jaaa! Weint! Auf geht's! Jaaa! Ich werde gemobbt! Das ist gut, Mann! Wurde ich auch! Ach so, Domi braucht noch eine Kohle, ne? Jo! Bauch er! Ach schade! Nooo! Jetzt kommt er nicht mehr ab! Du bist so ein Arschloch! Vergiss es! Nein, ihr habt genug Geld! Ich muss... Ich muss... Dafür muss ich gegenschlagen! Nein! Nein! Wieso habe ich meinen Bumerang nicht mehr? Mann, wieso muss er den überhaupt wieder wegkriegen? Tja! Wieso legt er den überhaupt wieder weg? Wieso nimmt er den nicht mit und hat dann 50 Bumerang am Ende? Und wir können dann alle auf einmal weg Bumerangen! Ja, das macht noch viel Sinn! Dann streckt mein Bumerang! Da da... Da... Ich mache zum Takt! So, reicht. Auf geht's. Ach nee, war mal falsch hier. Auf geht's. Ja, wir sind so wieder im nächsten Part. Ich danke vielmals fürs Zuschauen für heute. Und bis dann würde ich sagen, wieder unser Triple-Duo-Kombo. Also, macht's gut. Okay. Tschüssi, das war ich, ne? Ja, stimmt. Tschüssi, Koski und Ciao. Hi.